Ah, hier kommen wir ja dahin, wo ich hin will. Glaube ich zumindest. Okay. Da ist ein Buch drin. Machen wir das mal ein wenig anders. Nein. Stepptür. Wenn die nicht aufgeht, dann, äh, wenn wir sie aufbrechen. Ja. Auch so geht das. Falls mal was nicht aufgeht, dann kann es auch mit Gewalt machen. Und ich sollte vielleicht da rausgehen, denn da ist eine Mine, obwohl... Was hat denn das jetzt ausgelöst, dass du ihn dann... Das kommt einfach so von oben? Okay, das ist gemein. Das finde ich jetzt total fies. Dann gehe ich eben weiter. Das hat zumindest, ähm, nicht so wirklich Lebens... Lebenspunkt abgezogen. Aber ist es nicht der richtige Weg? Von da unten? Äh? Okay, wir kommen von da... Irgendwie von... Irgendwo hinten kommen wir da rein. Und da oben ist auch ein Wegpunkt... Part... Und da oben könnten wir noch lang, oder? Da... Oben... Ja, wir könnten hier noch lang gehen. Okay. Ja, 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 komm. Du kannst gar nichts, Blitz. Dann gehe ich nicht da rein. Boah, das gibt's noch nicht. Ach, jetzt ist die Feuerkacke weg. Äh, die Feuerkacke, so schön. Die... Die Giftwolke. So, jetzt gehe ich dann mal hier lang. Ach, das kann wahrscheinlich wir nehmen. Fast da was mit explodiert ist. Wir wollen nämlich mal hier so lang gehen. Verbrennung, da verbrennt irgendwas. So, du kannst doch hier dein Wasser-Dingens machen. Also, über den Das ist Uhrหärter. Also, wir missen sehr. Dann 들어 versuchen uns weiter. Begge speziell snakes. Immer noch im Wasser-Dingens machen. Denn diese 구분 werden würde sehr schön heiß. Ich würde das nicht 200- 파ănt. Bis zum nächsten Mal hier noch sagen... ig gleichrahamki. Ja, ja, ja. Das ist natürlich nicht so nett von euch. Hä? Nein! Kann ich nicht Züge auch rückgängig machen? Ist echt ein bisschen doof. Ah, ja. Ach, da oben ist noch... Heilt er sich oder stirbt er dadurch? Der heilt sich, glaube ich. Ihr seid dran. Das war ja schwul. Nein, der ist ja... Oh, das ist ja Feuer. Das bringt natürlich dann recht wenig. Ja. 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 Du bist jetzt immer... Nochmal was abbekommen. So ist das richtig. So. Genau. Du gehst erstmal raus, bevor... ...sie nämlich abnippelt. Das bringt leider nichts. Abandon... ... ... ... ... ... ... ... brennt nicht mehr. Wo ist sie denn? Mist. Doch, ich kann ja zu ihr hin. Aua, 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 aua. Ok... ... 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 Du machst ja nochmal schön so was regnerisches. Das ist ja voll das doofe Gebiet hier. Hm, was machen wir denn da? Wegblitzen! Das hat sogar funktioniert. Achso, mit V kann ich auch so, oh cool. Mit was war nochmal schleichen? Ähm, mit C. Ich versuch mal was. Hier wird man noch nicht angegriffen. Nein! Das wollte ich doch... Okay, dann hängen die wieder rein. Ähm, Moment. Da kann man die Fähigkeiten öffnen. Jetzt hab ich endlich auch dieses Menü mal zufälligerweise gesehen. Okay. Okay. Wenn ich da mal wieder wieder ran. Ähm... Ähm... Okay. Kann ja jetzt erstmal nichts passieren. Abandon... Abandon... Ich will. Ich will den blaue Zinsen... Nein, 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 nein! Oh mein Gott. Okay, da werde ich gleich mal was... ein bisschen für... Damage sorgen. Der geht da schon mal hin. Musik